Sie hören, der 21. Juli von Christian von Dittwurt. Es liest Uwe Teschner. Sie hören, der 21. Juli von Christian von Dittwurt. Polug. Zwölf schwarz uniformierte Männer saßen auf den zwölf Steinpodesten im Rund der Gruft, die schwarzen Schirmmützen mit dem silbernen Totenkopf auf den Knien. Schweigend starrten sie in die kreisförmige Mulde in ihrer Mitte. Darin flackerte rotgelb ein Feuer. Durch Mauerschächte drang fahles Morgenlicht in das Gewölbe. Die Männer verharrten eine Weile bewegungslos. Dann erhob sich einer. Er blickte den anderen elf nacheinander in die Augen, straffte seinen Körper, schaute auf einen Punkt an der Wand und begann zu sprechen. »Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu.« Die Zuhörer nickten ernst. Einer mit einem jungen Gesicht wusste, sie würden alles in Ordnung bringen. Er hatte dem Redner vor einiger Zeit die Botschaft überbracht. Die Vorsehung verbirgt sich nicht in Donnergräuen, sondern in einer Botschaft. Diese Botschaft würde die Geschichte wenden. Sie würden ihrem Volk endlich den Platz erkämpfen, der ihm zustand. Sie würden die Chance nutzen, die ihnen die Botschaft eröffnete. Das jungen Gesicht wandte sich dem Redner zu. Heute spöttelte er nicht insgeheim über die kleine, dickliche, bebrillte Gestalt, die einem Schulmeister ähnelte. »Die Geschichte findet ihre Sprecher.« Er genoss die Verblüffung der anderen zehn, die dem Redner zuhörten. Ihre Augen zeigten Unglauben. Dann Triumph. Auch Angst glaubte er zu erkennen. Er hatte keine Angst. Er hatte alles vorbereitet. Sie würden die Welt zum Staunen bringen. Schon bald. Der Redner sprach von ihrem Auftrag. Nach Jahren der Vorbereitung würde der Orden den Schlag führen. Wir haben nie gezweifelt. Dieser Tag musste kommen. Manche von uns fürchteten, Gotts Zeichen zu übersehen. Ich habe es erkannt. Got befiehlt, seinem Orden in die Schlacht zu ziehen. Wie der große Hermann an diesem Ort vor fast 2000 Jahren die Eindringlinge besiegte, so werden wir unsere Feinde niederwerfen. Wir werden unsere Feinde und alle Verräter richten. Erstes Buch Frühjahr 1953 Eins Die beiden Männer schwiegen, seit sie die Stadtgrenze von San Diego passiert hatten. Sie hatten in Washington die erste Maschine nach San Diego genommen und am Flughafen bei einem Autoverleiher einen Chrysler Imperial gemietet. Nur wenige Kilometer nördlich der mexikanischen Grenze steuerte der größere von beiden, Al Myers, den wummernden Achtzylinder nach Osten, Richtung Tierra del Sol. Diese Erre hat sich wirklich den elendsten Fleck der Welt ausgesucht, meckerte Stan Carpati und staunte über die Kakteen am Straßenrand. Es gab große Dünne und kleine Dicke, Krumme und Krüpplige, solche mit mächtigen Ästen, wogegen andere wie Säulen nackt und gerade herumstanden. Kein Kaktus sah aus wie der andere. Lächerlich wenig Wasser und die ewig brennende Sonne reichten aus, um skurrile Formen in unendlicher Zahl zu schaffen. Carpati scharrte auf Myers. Ich hätte mich abtreiben lassen mit so einem Zinken in der Fresse, dachte er. Myers' Nase war unnatürlich rot, zur Spitze hin schwoll sie leicht an und sie war übersät von kleinen Kratern, wahrscheinlich so verheimlich. Carpati griff aus seiner rechten Gesäßtasche einen Kamm und zog ihn durch seine schwarzen Haare, denen man ansah, dass sie von einem italienischen Friseur verwöhnt wurden. Myers brummte etwas Unverständliches. Was sollte er mit diesem parfümierten Lack auf dem Groß reden? Ihn stießen dessen geölte Haare ab und die ewige Kämmerei. Was für Typen, die heute einstellen, wunderte er sich. Er hatte es bald hinter sich. In einem Jahr würde er seinen Bauch in die Sonne halten. Die Welt mussten dann andere retten. Wenn er an Carpati dachte, war ihm nicht wohl bei dieser Vorstellung. Ein Pick-up vor ihnen deckte sie mit einer Staubwolke ein. Sie kurbelten die Fenster hoch. Feiner Sand drang durch die Schläuche der Lüftung ins Wageninnere. Myers hustete, zog den Chrysler im Staubnebel nach links und überholte den Pick-up. Jetzt schluckt der unseren Dreck, grinste er in sich hinein. Carpati starrte beim Überholen ängstlich in die Staubwand vor ihnen und hielt sich am Griff über der Tür fest. Wollen Sie uns umbringen? schimpfte er. Myers lächelte. Aus einer Straße haben sich noch nie drei Autos getroffen. Carpati schwor sich, nie wieder einen ehemaligen Frontkämpfer an das Steuer eines Autos zu lassen, in dem er saß, auch wenn der im Dienstrang höher war. Myers hatte die Invasion in Nordfrankreich mitgemacht, in einer Sondereinheit. Und seitdem glaubte er offenbar, unverwundbar zu sein. Die alten Männer mit ihren Kriegsgeschichten ging Carpati sowieso auf die Nerven. Der Krieg war lange vorbei. Jetzt waren wendige und intelligente Leute gefragt. Leute wie er. Der Staub verklebte sich mit seinem Schweiß und begann auf der Haut zu jucken. Carpati kämmte sich Sand aus dem Haar. Wenn diese Tour einen Sinn hätte, dann würde er das alles gerne auf sich nehmen. Aber sie hatte keinen Sinn. Wahrscheinlich war dieser irre Deutsche, der sich Vandenbroke nannte, getürmt, als er ihr Telegramm erhalten hatte. Carpati hatte Vandenbroke bei der letzten Vernehmung erlebt, vor ein paar Jahren. Vandenbroke hatte ausgepackt. Wissen gegen Geld. Am Ende hatte er gesagt, mehr weiß ich nicht. Hören Sie auf mit der Fragerei. Jetzt erfüllen Sie Ihren Teil unserer Vereinbarung und dann lassen Sie mich in Ruhe. Für immer. Seitdem hatte er alle Kontaktversuche abgewiesen. Schließlich hatte die CIA es aufgegeben. Dann soll der Bekloppte noch mit Klapperschlangen und Rothäuten spielen, schimpfte Reginald Crawford, Chef der CIA-Europaabteilung und Carpatis Vorgesetzter. Daran hatten sie sich einige Jahre gehalten. Aber nun war alles anders. Nun musste Vandenbroke mitziehen. Das bildete sich jedenfalls Crawford ein. Und nun hatte er Meyers und Carpati in eine Gegend geschickt, in der sich Schlangen, Koyoten und Rothäute wohlfühlen mochten. Unverrückte Deutsche. Vandenbroke saß im Schatten der Veranda und sah die Staubwolke am Horizont. Der Wagen kam aus Richtung Tierra del Sol. Sie waren pünktlich. Vorgestern hatte er das Telegramm erhalten. Ich schicke zwei Männer in zwei Tagen. Sie müssen mit ihnen reden. Es ist lebenswichtig. Crawford. Nach den Verhören hatte Crawford eine Chiffre vereinbaren wollen, damit wir in Kontakt bleiben. Vandenbroke hatte das abgelehnt. Er war überzeugt, dass Crawford ein Profi war, der ihm nicht ohne Grund seine Leute auf den Hals hetzte. In einer halben Stunde würden die Typen aus Washington da sein. Vandenbroke schlug die Fingerspitzen der rechten Hand auf die Schaukelstuhllehne, stand auf und ging um das Haus. Er schaute auf Tomaten und Kürbisse, die er auf dem armen Boden gezogen hatte. Die Hintertür führte in die Küche, eingerichtet nur mit dem Nötigsten. Er gott sich ein Glas Wasser ein und nahm es mit in den Wohnraum. Sein Blick streifte über die Buchrücken in den Regalen. In Tierra del Sol gab es Tom Maguires Papierhandlung, wo man Bücher aus Katalogen bestellen konnte. Heinrich jaulte auf, als Vandenbroke ihm auf den Schwanz trat. »Heini, du bist so schwarz, man sieht dich einfach nicht,« versuchte Vandenbroke, den Kater zu beruhigen, der vor viereinhalb Jahren bei ihm eingezogen war. Heinrich zuckte mit dem linken Maulwinkel, schloss die Augen und streckte sich. »Ich hätte doch eine Weile verschwinden sollen,« dachte Vandenbroke. »Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich habe alles gesagt.« Letzte Nacht hatte er sich hin und her gewälzt, fast so wie jede Nacht in seinem ersten Jahr in Amerika. Er erinnerte sich kaum an den Traum, nur an schwarze Uniformen, silberne Totenköpfe und einen langgesichtigen Blonden, der ihn mit weit aufgerissenem Mund anschrie. »Verräter! Verräter! Verräter!« Vandenbroke ärgerte sich. Ein Telegramm hatte genügt. Der Albtraum war zurückgekehrt, wenn auch erst in Fetzen. Was würde er träumen, wenn die Männer bei ihm gewesen waren? Hätte im Telegramm gestanden, es wäre wichtig, dann wäre Vandenbroke heute zu einer Tour aufgebrochen durchs Indianerreservat. Aber da stand »lebenswichtig«. »Wenn Crawford lebenswichtig« schrieb, dann ging es wenigstens um den Weltuntergang. »Seltsame Gestalten«, dachte Vandenbroke, ein Großer mit einer dicken Nase und ein Lackaffe mit Vorfahren in Süditalien. Den Lackaffen hatte er in Washington bei einer Befragung schon einmal gesehen. Den anderen kannte er nicht. Vandenbroke erhob sich nicht, als Myers und Carpati die Veranda betraten. Er übersah die Hand, die Myers ihm breit lächelnd hinstreckte. Carpati nahm sich einen Stuhl und setzte sich so, dass er Vandenbroke von der Seite ansah. Myers blieb unschlüssig stehen. Vandenbroke schaute Myers und Carpati ruhig an. »Haben Sie Dienstausweise?« fragte er in hartem Englisch. Myers ging zurück zum Wagen und fand die Karte in der Inntasche seines Jacketts, das er in San Diego auf die Rückbank gelegt hatte. Carpati nahm seinen Ausweis aus der Brusttasche seines Hemdes. Vandenbroke studierte beide Ausweise gründlich und legte sie auf die Lehne seines Schaukelstuhls. »Ich habe es also mit den Agenten Myers und Carpati zu tun.« »Haben Sie einen Schluck Wasser?« bat Carpati. Vandenbroke zeigte mit dem Daumen nach hinten zur Küche. Carpati kam mit zwei Gläsern Wasser wieder, eines stellte er vor Myers, der sich an einem kleinen Tisch am Ende der Veranda auf einen Korbstuhl gesetzt hatte. »Schöne Grüße von Crawford«, sagte Myers. Vandenbroke schaute hinunter ins Tal. Hier würde er bleiben. Für immer, hatte er gedacht, als er das einsame Haus zum ersten Mal sah. Hier war es so karg, dass niemand sonst auf die Idee käme, sich niederzulassen. Nach Tierra del Sol war es eine Stunde mit seinem rostigen Fort, und nicht einmal der Zufall führte jemanden zu ihm auf seinen Hof, wie er das kleine Holzhaus und das trockene Grundstück nannte, das er einem versoffenen Farmer für ein paar Dollar abgekauft hatte. Carpati sagte, »Berdin, wir müssen mit Ihnen reden.« Vandenbroke war seinen Kopf herum und schnauzte Carpati an. »Wir haben eine Vereinbarung. Haben Sie das vergessen?« Nach einer Pause. »Sie sind wohl 43 aus Italien abgehauen, Sie hält.« »Meine Eltern hatten die Ehre, Zwangsarbeit für die großdeutsche Wehrmacht leisten zu dürfen, Herr Sturmbahnführer. Ich war leider zu bequem, der freundlichen Einladung Ihres Führersins reichte, Aria zu folgen,« erwiderte Carpati ruhig. Vandenbroke ärgerte sich. Er hatte einen Fehler gemacht. Er hatte den Lackaffen unterschätzt. Früher wäre ihm das nicht passiert. Aber er war neun Jahre aus der Übung. »Was wollen Sie?« fragte er Myers. »Wir wollen, dass Sie nach Washington fliegen. Crawford will mit Ihnen reden.« Myers schaute Vandenbroke in die Augen. »Dahls auch.« Vandenbroke grinste. »Mein Gott, bin ich wichtig. Sogar der große Meister will mich sprechen.« »Ich finde das gar nicht lustig,« sagte Myers verärgert. »Von mir aus könnten Sie ihr verrotten.« Carpati mit leiser Stimme. »Es geht um die SS.« »Himmler.« »Na und?« erwiderte Vandenbroke. »Was interessiert mich die SS?« »Und Himmler?« »Sitzt er nicht in einer alten Burg und macht auf Blut und Boden?« Er hatte vor einiger Zeit einen Artikel gelesen, in dem das behauptet wurde. »Zuzutrauen war es dem Reichsführer der SS.« »Schon,« sagte Carpati. »Aber er hatte auch für anderes Zeit.« Vandenbroke schwieg. Was immer der Reichsheini trieb, es konnte ihm egal sein. Vandenbroke schmunzelte innerlich, als er an den Mumpitz dachte, den Heinrich Himmler so gern veranstaltete. Fackeln, Juhlleuchter, Ehrendolche, Totenkopfringe. Er hatte sich sogar einen Gott bei irgendwelchen Germanen ausgegraben. Gott minus T hatte Heydrich über dieses höhere Wesen gespottet. Das wurde jedenfalls in SS-Kreisen erzählt. Aber Heydrich war lange tot. »Hören Sie auf mit dem Versteckspiel,« sagte Vandenbroke. »Wenn Sie etwas von mir wollen, dann sollten Sie es mir sagen.« »Es geht um Himmler und ein Plan, den er hat,« erwiderte Carpati. »Mär wissen wir selbst nicht. Sie erfahren es von Crawford und Dahls.« »Dann gehen Sie zu Crawford und grüßen Sie ihn von mir,« sagte Vandenbroke. »Ich appelliere an Ihre Verantwortung,« wolltete Meyer. »Kommen Sie mir nicht auf die Tür,« sagte Vandenbroke. »Ich habe meine Verpflichtungen erfüllt, alle. Können Sie das auch von sich sagen?« »Sie leben ja auf unsere Kosten,« gab Meyers zurück. »Und Sie leben, weil ich es gewollt habe,« sagte Vandenbroke. »Ich erwarte nicht, dass Sie mir dankbar sind. Aber lassen Sie mich wenigstens in Ruhe.« »Interessiert es Sie gar nicht, was aus Deutschland wird?«, fragte Carpati freundlich. Vandenbroke schwieg einen Moment lang und stellte zufrieden fest, dass seine Reflexe erwachten. Seine Selbstbeherrschung kehrte zurück. Er ärgerte sich, weil er aus der Haut gefahren war. In einem falschen Augenblick wäre das sein Tod gewesen. Er war acht Jahre aus Deutschland weg, lebte seit fast sieben Jahren auf dem Hof, und mangels Kontakt zu anderen Menschen war er aus der Übung gekommen. Im ersten Jahr in Amerika hatte er abends nach den Befragungen holländisch gelernt, einige Brocken wenigstens. Er wollte, wenn er alles verraten hatte, eine andere Identität annehmen. Es waren viele Holländer geflohen, vor und nach dem Ende des Kriegs. Welche Amerikaner konnte schon einen Deutschen von einem Holländer unterscheiden? So wurde aus Knut Verdin Peter Vandenbroke aus Rotterdam. In der Hafenstadt hatte Verdin Anfang der 40er Jahre mehrere Wochen verbracht, um ein britisches Agentennest auszuheben. Es war die Operation Zigarre. Nach einer Verfolgungsjagd in den Ruinen von Rotterdam erwischten Verdin und seine Kameraden vom SD, dem Sicherheitsdienst der SS, ein paar Holländer, die für die Tommys spitzelten. Kleine Fische, die sich in der Propaganda zu Riesenhaien auswuchsen. »Britische Spionagezentrale ausgehoben«, titelte der völkische Beobachter, und Goebbels spuckte Feuer. Verdin wurde zum Sturmbandführer befördert und erhielt das EK II. Karpati unterbrach das Schweigen. »Es ist Ihnen also gleichgültig.« »Das geht Sie nichts an«, sagte Verdin, »selbst wenn es nicht so sein sollte, dann wüsste ich nicht, wie ich Ihnen, Deutschland, der Welt oder dem Mann auf dem Mond helfen könnte.« »Ihnen ist wohl alles scheißegal«, dolnte Mayers. Karpati zog die Augenbrauen hoch, die Kavallerie griff wieder an mit Horn und Säbel. Verdin erwiderte gelassen, »fast alles.« Es hatte keinen Sinn. Karpati schaute Mayers an und blickte dann zum Auto. Aber Mayers reagierte nicht. Er war länger dabei, bestimmte, wie es weiterging. Karpati fürchtete, Mayers würde anfangen, herumzuschreien, oder Verdin wieder auf die moralische Tour kommen. Dann könnten Sie gleich nach Hause fahren. Es gab nur einen Weg, Verdin nach Washington zu kriegen. Karpati wusste nicht, ob es klappte, aber alles andere ginge sowieso schief. Er hatte bemerkt, wie Verdins Reflexe zurückkehrten. Karpati erinnerte sich an Kollegen, die bei vielen Befragungen dabei gewesen waren. Monatelanger Stress für Verdin. Er ließ Fangfragen, Gebrüll, Drohungen, schweigend über sich ergehen und fragte freundlich nach dem Wohlbefinden seiner Vernehmer. Karpati musste die Initiative ergreifen. Mayers machte sonst noch die kleine Chance kaputt, die ihnen geblieben war. Karpati lief gemächlich zum Wagen, öffnete die Beifahrertür und holte aus dem Handschuhfach einen braunen Briefumschlag. Er ging zurück zur Veranda, stellte sich vor Verdin, legte den Umschlag auf die Lehne des Schaukelstuhls und nahm die beiden Dienstausweise an sich. Fast hätte ich vergessen, Ihnen das zu geben, sagte er. Und dann Mayers gewandt. Er, wir gehen. Mayers stutzte. Er schaute Karpati finster an, erhob sich dann und trottete zum Auto. »Gibt es ein Hotel in Tierra del Sol?«, fragte Karpati. Derdi nickte. »Dann bis morgen.« Feine Schneeflocken tanzten auf die Stadt herunter. Noch war der Winter nicht besiegt, aber sein Ende nahte. General Boris Michalowitsch-Grojevic blickte aus seinem Büro im vierten Stockwerk der Lubyanka auf das Treiben auf dem Dscherzinski-Platz. »Moskau ist bunter geworden«, dachte er. Er könnte keine Tatsachen aufzählen, um das zu belegen. Es war wohl eher eine Bestätigung der guten Laune, die ihn seit einiger Zeit ergriffen hatte. Seit März musste er keine Angst mehr haben, plötzlich verhaftet zu werden. Ja, auch er hatte geweint, als der Vater der Völker, der große Irsif Viserionovic Stalin, gestorben war. Aber es war manche Freudenträne dabei gewesen. »Der Mensch ist gespalten«, dachte Grujevic. »Oder vielleicht sind es nur wir Russen. Wir haben Stalin geliebt wie einen gütigen Vater. Und wir haben seine Hescher gefürchtet wie sonst nichts auf der Welt. Mehr als die Deutschen.« Grujevic hatte Zeit seines Lebens nichts gekannt als Stalin. Jetzt war er tot. Das war gleichermaßen ein Schlag und eine Befreiung gewesen. Vor einigen Tagen war der Schmerz verschwunden, die Freude geblieben. Bis ihn eines Nachts die Angst überfiel. Und wenn die Russen nun über sie herfielen und Rache forderten für die Millionen von Vätern, Müttern und Kindern, die sie gequält, verschleppt und ermordet hatten, und Freiheit für die Gefangenen im Gulag. Bald erkannte Grujevic, dass seine Angst ein schlechter Traum war. Ihr Chef, Lavrenti Beria, war nun der erste Mann. Gut, sie hatten eine kollektive Führung, eine Troika im Parteipräsidium mit Molotow und Malenkov. Aber wer konnte daran zweifeln, dass Beria, Marschall der Sowjetunion, stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats, Innen- und Staatssicherheitsminister, Herrscher über alle Tschechisten und Polizisten, die stärkeren Bataillonen hatte. Männer wie Boris Grujevic... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.